Tadadaa! Ihr könnt das leider nicht sehen was ich hier setze, noch? Als wenn du das überhaupt gesetzt hast. Ja, als wenn du das jetzt. Hier, ach, einer von euch hat da gerade draufgehauen auf das Boot. Ja, ich hab ein Stick in der Hand. Ich hab Harz. Trecep. Dann das. Oh, wir wollen ja richtig viel. Mario, treibst du gerade ein bisschen ab? Oder schwimmst du? Ja. Ja, ne, ich mach das schon. Jetzt halt die Frage, wir sollten die eventuell jetzt Lockholder reinbauen, ne? Ja, wenn das geht, dann ja. Ja, ja, es geht. Ich bin grad, ich setze mir welche rein. Kann ich irgendwie näher mich ran und die Dinger? Ich hoffe, ich hab das Ding gleich gerade. Hinter dich schon mal einer, so. So, mehr hab ich nicht. Jetzt bist wir schwimmen. Ne, wir warten bis die setzen, da können wir ja immer. So, ich bin gleich soweit. Hallo Mario. So, da ist der nächste. Sie sieht ja nicht so schön aus, aber ist praktisch, ne? Wollen wir ihn nicht auch in der Treppe machen? So eine Wendeltreppe so nach oben. So. Und wie wär's mit einer Couch? Passt doch so weit, oder? Okay. Ja. Hast du's? Sind denn nur 150? Ist ja fast gar nicht. So, okay. In 20 Folgen sind wir dann fertig. Okay. Ich fahr'n ans Land, ne? Jo. Ich überleg' ob's gerade nicht eventuell, ob's halt nicht eventuell mehr Sinn macht, wenn wir uns jetzt noch einen, wenn wir jetzt so'n großes Ding, so'n großes Boot bauen. So'n Large Raft? Ja. Weil da haben wir viel Platz drauf und können immer hin und her fahren. Für die Baumschule wäre das echt gut. Ja, oder? Ja. Aber ich sag', wir bauen jetzt mal das. Das heißt, wir bauen jetzt mal für jeden so'n... so'n Karrel und dann gehen wir jetzt mal alle Holzfarben. Also dann setz' ich gleich noch am... Also ihr könnt direkt Holz holen, äh, fällen. Holz holen, fällen, okay. Äh, und ich setz' dann gleich erstmal das Large Raft hin. Ja. So. Christian, bau dir auch mal so'n, äh, Wagen zusammen. Ja, Moment, ich muss doch grad noch driften. Und, und... Das Large Raft wird richtig gut dafür. Aber, brauchst du das hier alle weg? Von den, von diesen Dingern? Äh, soll ich den zweiten, äh, soll ich den letzten Lock holen ja auch mal machen? Ja, aber dann müssen wir noch viel Holz sammeln. Deswegen mein' ich halt mal so recht mehr sind, dass es das anders zu holen. Wenn du da sich in der Treppe raufkriegst... Leiter wäre egal, wenn meine Leiter bauen könnte. Leiter geht ja auch. Kannst du mal eine Leiter bauen? Ja, ja. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Ja, oder mach du? Äh, ja, Chris? Nö, das ist vorbei. Okay, dann halt nicht. Jetzt hab ich's gelögt. Geh dir mal Holz fällen. Ich geh jetzt erstmal Sticks fällen. Ich geh jetzt erstmal Sticks fällen. Du wolltest doch nicht so ne Karre bauen, oder? Ja, genau. Ja, wo ich erstmal Sticks fällen. Du könntest dann was einsammeln. Ich hab, ich hab Durst, ne? Habt ihr keinen Durst? Hey, das ist doch ein Getränk, eventuell. Ich trink dich doch. Ja, ja, ich wollt, ähm... Ich bin halt nicht so... Die ganze Zeit meine Limos verbrauchen. Ich bin halt später. Aber, das ist doch ein Getränk. Also... Du... Sollten... Also generell auch Medizin würde ich gerne, äh... Ja, die... Selber produzieren. Ja, du kannst die ja jedes Mal selber holen. Holen neu und die Limos. Ja, ich will immer mehr auf der Weide machen. Survival! Das kann man mal testen. Ne, das ist falsch. Wie heißen die denn? Die Leitern? Ja, die hast du hier nicht. Ja, ich guck euch mal weiter. Wir müssen das aber auch dann später machen, dass wir da irgendwie noch so einen Baum da in der Nähe lassen, damit wir dann da unsere Harzproduktion dann starten können. Harz kann man auch noch gut bauen. Bitte. Ich kann Customs erst machen, aber was anderes nicht. Ich meine, ich bin... Es gibt Leitern. Bin mir ziemlich sicher eigentlich. Custom Stairs. Es gibt Climbing Robes. Climbing Rope. Ja, aber die kannst du noch an den Baum setzen, ne? Sicher. Wo sind die? Ähm, bei dem... Da, wo die Treppen sind. Auf der Seite 6. Probier einfach mal. Treppen... Warte 6. Für wie eine Nacht, ne? Bei Elevate Structures, meinst du? Ja. Nein, ich... Ich meine, bei... Ähm... Utility Structures. Climbing Rope. Ah, da. Kannst du so nicht setzen. Ne? Ja, dann müssen wir, äh... Wohl doch ein Trepp hochbauen. Ja, und das kriegst du hier schlecht hin, weil das... Ah, okay. Vielleicht doch. Ja, besser als halt immer... Ja. Ich weiß nicht. Ich... Ich bin auf der Jagd. Ich bin auf der Jagd. Ja, ich bin nicht meinen Fall verlieren, wo ist der 3? 3. also was soll ich jetzt bauen das was soll jetzt ausbauen mario das wird das wird nichts mit der treppe die ist fest war ich da mache ich hier macht das raf der warum wir auch sticks für ja ja und ich muss wieder was essen und ist er wieder nacht aber ist er vielleicht eben wieder pennen ja ich glaube ich habe einen fall verloren das essen ist trocken ich habe sogar zwei fälle verloren ich habe jetzt nur noch 18 egal wo es ist nicht egal also ich finde feile sind wichtig aber jetzt habe ich wenigstens ein re erlegt mit einem headshot was braucht man immer alles für den explosive eine uhr boost und ich glaube dynamit ich habe schon was gefunden auf so türmen von den eingeboren musst du die türme da ein bisschen mal untersuchen und wer ist dynamit ab und zu findet man das dynamit münze schnapp eine münze brauche ich damit eine münze ja ich glaube ich schlafe jetzt erst mal ja doch kann ich noch nicht ist noch so noch im links und die kann kriegst du denn holz für die dinge hier für die holz nicht raus ne ich hab mir nur schön wacke gebaut war es doch mal geschmeiß hier runter ja ich kann kein lizard fleisch mehr nehmen musst du dann nehmen kein was kann kein lizard fleisch mehr nehmen musst du dann nehmen das ist ein besuch war der mario europa ist das lagerfeuer weg das lagerfeuer ist gespawnt ja das ist kein festes feuer gewesen ja mach ich aber jetzt gerade mal weil ich habe hunger ich hier mit meiner brennen in den nachs kommt er hier pisser hey wo ist die her hinter dir wieder hab ihn ne warte hier ist noch einer ist noch einer hier kommt klar oder ja 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 noch oh gott halt dein mauer du wixer was ich hab das nicht getroffen dahinten läuft noch einer rum christian bei dir ist einer in der nähe ja ne der greift mich alle ganze zeit an also gar nicht mit gutem lust warte 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 schieß Pfeil auf den ich hab geradeaus so gehauen muss ja nicht das lagerfeuer treffe sorry hast du gesetzt das normale oder das mit dem ähm fire pit es ist weil der war schon tot was schreibst du denn noch mal auf den sorry war verzögert ah passiert doch darauf wir alle mit dem feuerzeug haben ne ich hab nur drauf gehauen wo der tot war also kurz danach hab ich noch geklickt und ich kann den klicker nicht abbrechen warum dann stand ich so neben dem feuer so wie jetzt ja ist ja egal äh kann wir jetzt pennen nein ja ich wollte auch was essen holen oder was essen weil ich also ja wir könnten pennen ja könnten wir wenn Chris fertig ist weil ich noch essen brauche dieses hier was zu essen ne Mario zum Beispiel für dich ja ich hab grad genug ja Chris kommst du zu pennen das heißt genug ist meine leiste ist noch voll ja dann gehen wir halt gar nicht ich hab hier eine holzfahre ja dann lass uns holz tun ich bin fertig ich muss grad weg äh ok dann lass uns jetzt pennen nein wir werden eingelaufen schon wieder ah ja ich wiss ok der holt Verstärkung oder na doch nicht komm her und ob ok ich hab kurz meine Axt mit ein paar äh mit paar Zäden aufgemacht um ein bisschen mehr Schaden zu machen um ein bisschen mehr Schaden zu machen um ein bisschen mehr Schaden zu machen und essen ist da ja da ist noch was da sollte eigentlich irgendwas dazwischen sein ja 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 da ist noch was dazwischen die erste Bootversuche sind ziemlich unnötig ich hätte ein gleiches große bauen sollen eben aber ich find's eigentlich schlafen wir ne ja oder warte mal ist die Frage wie lange ist die Nacht noch scheiß drauf komm ist einfach pennen weil dann hängen wir nämlich demnächst auch wieder die halbe Nacht hier rum ist ja nicht schlimm so holz 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 mach dir jetzt mal eigene Wagen und Chris kommt auch mal holz ja ich komm dir nicht dazu wenn die ganze 10.000 mal dass selbe Lagerfeuer machen muss ja du 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 jagst immer die ganze Zeit nur wie ne ja du jagst ja die ganze Zeit nur nein ist doch auch okay wenn er jagt aber wir brauchen auch Essen ne mir geht's vor allem um die Fälle das ist wichtiger ich hab jetzt wieder Hunger alte warum hab ich immer wieder Hunger wenn wir ja dumm nacht man hier gibt's keine Sticks das war ein blöder Ort wir sollen uns mal so ein Ding zum aufhängen nachher machen wo wir die Dinger trocken lassen einfach ach so ja ich glaub hier war sinnvoller äh hier ist ein Höhleneingang seh ich gerade ja ja ich muss ja irgendwo einen Ort haben wo Sticks sind ja wir rumlaufen du kannst doch die Sache von den eingeborenen zerstören ne diese tot ja ich brauche 21 Sticks und die sind gerade alles nur Bäume aber keine kleineren Pflanzen Mann ist doch scheiße warum hab ich jetzt schon wieder Hunger warum hab ich jetzt schon wieder Hunger warum hab ich jetzt schon wieder Hunger und von wem ist der Wagen hier meiner er braucht noch ein bisschen ja auf dir hat ein bisschen geholfen danke ich muss jetzt aber wieder wissen was Essen ähm ist hier noch was du essen kriegst drin äh nein ich mach mal willst du was sag schnell wenn es fertig ist wenn ich es haben kann ja ihr könnt die Knochen nochmal aufsammeln ne Leute ja ok mach ich wenn du es nicht haben wollt ich mach vor allem mit den Pfeiler äh äh hinter dir machst du noch ein paar Leute auf den Hügel wirst du mach ich mir später er sagt das war nur ein Stick also ich sag ein bisschen sobald das Essen da ist die brauchen übrigens auch 32 Sticks für das Boot hier ne Locks meinst du das denn was ne Sticks ach wir brauchen auch Sticks für das ja ich hol' ich später ich hol' dann erstmal den Locks äh 57 Holz und irgendwas Sticks wir haben jetzt ja jetzt schon Holz schon mal haben wir ja Sticks brauche ich auch noch für meinen Wagen hier ich auch oh hier ist auch wieder Höhleneingang so haben wir Essen mittlerweile ne ich hab nichts drauf ich hab mein ganzes Essen auch schon drauf getan eben ich hab auch ich hab nur ein Stück Fleisch reingetan und was gegessen bringt Vögel essen? äh ja hab ich schon mal ein Vögelfleisch ich hab natürlich auch eins mit Mario ja danke das ist doch vor dringendem paar Sticks aber ich gib's nirgends wo kleinere Pflanzen das ist so ätzend du musst halt in den Wald rein ja bin ich ja grad schon halb Hä wie ich renne gleich in die andere Richtung na ja ja ey 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 eben außen auf Feuer legen weil ich gar keinen ja hier ist nicht mehr ich komme da kommt ein größer Vogel geflogen ich habe gerade während des Schwimms geschossen als ob aber auch bei der aber das wird er sehr gut er auch was er oder küsse ich irgendwo verdorben ist vielleicht geworfen er liegt für die machen würde das ganze vor allem falls das jetzt nicht gespawnt ist er ist immer noch da müssen Junge ihr seht die eingeborene doch mal einmal blau bei das blau ist weil das gelbe wie ändert man die farbe noch mal aber die flagge von rand gehen ja und dann mit r wechseln jenker vor das rennen jetzt hier kann man diese käfige kaputt machen ich weiß nicht welche käfige gleich über den dorthin gestehen ne leider nicht leute weil ich will dann lieber nicht in die hülle hoch und da was für eine hülle die hülle erkundung würde ich zusammen machen die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020